Tag allerseits. Schön, dass ihr wieder da seid oder immer noch. Wir sind auch immer noch da. Olli Pocher und ich. Ja, hallo. Wir hatten im Countdown Deluxe unlängst das Vergnügen und mir ist, als es daran ging, dass ich dich mal wieder treffe, aufgefallen, dass du in diesem Jahr 2024 dein 25-jähriges Showgeschäft-Jubiläum hast. Ja, das ist richtig. 99 warst du das erste Mal im Fernsehen zu sehen. Ja, also so, dass es sich gelohnt hat. Ich war vorher schon mal ein Jahr vorher bei einer Bärbel-Schäfer-Sendung und es gab so kurze Snippets, auch, dass ich mal bei einer Brexit-Pressekonferenz gewesen bin. Auch das hat es so dann bei Explosiv und bei Tough reingeschafft. Aber wirklich Fernsehen mit dem, ich glaube, 29. September 99, die Hans-Meiser-Sendung. Hans macht dich zum VivaStar. Das war der Moment sozusagen, dass es, wenn es einen Life-Changing-Moment gab, dann war das der. Und dann auch, dann habe ich ja eine Woche bei Viva moderiert und habe dann nach der Woche einen Vertrag angeboten bekommen und habe noch im Jahr 99, im Dezember, meinen Vertrag unterschrieben und war ab Dezember 99 bei Viva. Also ich war noch seitdem Teil der ganzen Veranstaltung. Da sind wir uns noch kurz über den Weg gelaufen. Ich bin dann Mitte 2000 von Viva2 zu MTV gegangen und diese Sendung mit Hans-Meiser, die habe ich gesehen und ich kannte natürlich die ganzen Leute, die darüber entschieden haben, ob du diese Woche gewinnst. Das waren Mola, Milka und Kirsten Thun. Richtig. Damalige Kollegin. Und ich kann mich nur erinnern, wie ich mit denen nach dieser Hans-Meiser-Sendung gesprochen habe, über dich. Und Kirsten meinte, sie hätte dich nicht genommen, aber Mola und Milka haben sich wohl so stark für dich gemacht, dass sie überstimmt wurde. War das so? Genau so ist es gewesen. Also Kirsten hatte die Ansage, es gab drei Leute, die von der Hans-Meiser-Reaktion kamen und drei Leute, die von Viva gekommen sind. Und es sollte ein anderer eigentlich gewinnen. Der stand schon so indirekt als Gewinner fest. Das war nicht ich, aber es war aufgrund, muss ich auch sagen, da passen dann wieder Sachen zusammen. Dass ich bei einer Bärbel-Schäfer-Sendung unter die Räder gekommen bin, habe ich das in der Sendung einfach besser gemacht und habe das Publikum komplett auf meiner Seite gehabt. Und ehrlicherweise, wenn man die Sendung sieht, auch von Zuschauerreaktion, Applaus etc., gab es keine andere Chance. Und Mola hat dann, das war in der Live-Sendung wirklich, um 16 Uhr und dann war, ja, gleich erfahren wir, wer der Gewinner ist. Und im letzten Live-Break sozusagen hat dann Mola gesagt, also der Olli war am besten, ich würde den nehmen. Und Milka war gerade seit drei Monaten bei Viva und hat gesagt, da muss ich schon sagen, der war schon der Beste heute hier. Und dann war Kirsten überstimmt. Und dann gibt es auch wirklich, wo ich sage, ja und der Gewinner ist Oliver. Und das ist so ein halbfreundliches Lächeln. Das muss sie sich auch bis heute immer wieder anhören. Und sehr witzig. Genauso wie Markus Wolter, der mittlerweile Chef von Bunny Jai ist, einer der größten Produktionsfirmen. Der die Castings früher bei Viva gemacht hat, alle Leute entdeckt hat, auch Heike Marker, Nils Burkelberg, Mola und so hat der eingestellt. Und dann ja auch mit Stefan Raab lang. Der Sidekick auch war praktisch. Bei Viva Sion und so war auch immer ein Bild und das gemacht hat. Und ich war auch bei Viva. Ich hab mich immer bei MTV und Viva beworben und letztendlich hab immer dann mit der Kassette und dann war ich auch mal bei Viva, hab schon beim Casting mich dabei gewesen, hab dann angerufen, als die Absage kam, woran es denn gelegen hat, woran ich noch arbeiten kann und so. Ich war da wirklich sehr hartnäckig. Und das war eigentlich im Prinzip so die letzte Chance fast, wo ich gesagt habe, jetzt muss es darüber nochmal klappen. Also von daher sehr lustig, dass man jetzt auch mit Markus Wolter, Kirsten war auch bei einer Lesung, als du dein Buch vorgestellt hast, dann auch in Köln. Irgendwie hat man die dann auch wieder gesehen, die auch noch im Fernsehen arbeitet. Auch mit Alex Bruns, auch jemand, der damals bei Viva, der Producer war, jetzt immer noch im Fernsehen arbeitet. Also es ist sehr lustig, wie so die Leute immer noch von damals dir über den Weg laufen und auch ihren Weg im Business gemacht haben, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Und Kaputt war, weil du Alex Bruns gerade erwähnt hast, der war der Producer von Interaktiv, eine Sendung, die du auch regelmäßig gemacht hast und wo du dein Profil schon geschärft hast, sage ich jetzt mal. Weil Alex Bruns hatte, glaube ich, immer wieder mal so einen Blutsturz, wenn du Sachen veranstaltet hast, die nicht okay waren mit ihm. Ja, es war eine Live-Sendung immer, ne, interaktiv war so zwei Stunden Live-Fernsehen, wo halt immer die ganzen Musikgäste oder auch Film, Fernsehen, wer auch immer was zu promoten hatte, da gewesen sind und das war eigentlich, also das muss man ja, das war ja das, das war ja eine Couch, wir hatten ja alle Leute da, ne. Also klar, du hast auch irgendwie DJ Bobo, Scooter und Co gehabt, aber es waren einfach auch irgendwie Robbie Williams, Britney Spears, Christina Aguilera, Pink, also alle, die teilweise heute noch da sind, auch die Superstars, irgendwie Jackie Chan hat da gesessen, ich glaube, Tom Cruise war irgendwie, ich weiß nicht, ob er bei uns dann da war oder nicht, irgendwie alles mögliche war da und ich hatte mir einen gewissen Ruf erarbeitet, dass ich halt in Live-Sendungen immer das mache, was ich so live mache und wenn es vorher heißt, sprech die bitte nicht aufs Alter an, lass sie bitte nicht live singen, wir wissen alle, dass sie nicht live singen, da sind immer die Red-Flags, wo ich gesagt habe, naja, aber wenn es irgendwie passt, kann man das ja irgendwie mal erwähnen und deswegen waren Plattenfirmen immer, zum einen fanden sie es gut, weil ich nicht so klassische Interviews geführt habe und auch dadurch coole Sachen entstanden sind, auf der anderen Seite will man natürlich nur so ein glattes, durchpromotetes Interview haben, das war Segen und Fluch der ganzen Veranstaltung, aber am Ende bin ich mir da treu geblieben, hab dadurch dann auch natürlich ab und zu mal, war es schwieriger, dass ich was moderiert habe oder zum Beispiel Komet-Verleihung weiß ich, war dann in Hannover, hab ich halt nicht moderiert, so obwohl dann meine Heimatstadt und Expo und es hätte eigentlich super gepasst, das ist dann, wo sie gesagt haben, naja, das ist uns eine Spur zu heiß. Du hast ja dann auch ziemlich schnell deine eigene, also deine Personality-Show bekommen mit alles Pocher oder was und das obwohl humormäßig ja mit Lämmermann und damals noch Nils Ruf bei Viva 2. Und Tobi Schlegel. Und Tobi Schlegel war noch da. Es gab drei Leute, es wurde mir gesagt, wir brauchen keinen Lustigen. Stefan Raab war schon weg, ne? Stefan Raab war weg, den habe ich nicht mehr erlebt, da ging schon TV-Total los, das war so ein fließender Übergang. Aber es gab drei Lustige und ich sagte, noch einen Lustigen brauchen wir eigentlich nicht, weil ich da auch schon gemerkt habe, dass ich eher in Richtung Unterhaltung und Comedy gehen würde. Und dann ist die Müller-Brauerei mit Alles Müller oder was da hingekommen und hat einfach einen siebenstelligen Betrag hingelegt und hat gesagt, wir würden gerne die Namensrechte sponsern, was kann man denn machen? Ja, wir haben hier einen Lustigen. Und Brainpool, die Comedy-Produktionsfirma damals, die sind gerade fusioniert mit Viva und dann war das so Win-Win-Win. Und es gab einen Sponsor, jemand, der Geld bezahlt und dann ging diese Personality-Nummer 2002 los, in der wir unter anderem als Rubrik Rente Pocher hatten, was dann daraus dann das ProSIM-Format geworden ist und wo ich dann zum Privatfernsehen, sag ich mal, ins richtige Fernsehen gewechselt bin. Ja, also was mir aufgefallen ist, wie gesagt, wir haben uns nicht lange überschnitten bei Viva, aber was ich sehr wohl registriert habe, ist, wie uneingeschränkt beliebt du bei den Zuschauern warst. Also du hast ja irgendwie zig Faxe und Zuschriften bekommen und alle so, Mensch, Olli ist so cool und Olli ist so süß. Das heißt, deine Viva-Zeit, gerade am Anfang, die war eigentlich, hast du da nicht polarisiert und es gab auch niemanden, der dich gehatet hat oder so, oder täuscht mich das? Das war ja damals nur per Fax haten, das ist so verdammt schwierig. Das ist wesentlich schwieriger. Heute ist es viel einfacher. Das stimmt. Da haben ja Leute, die einen Fax an Viva schicken, das muss man sich mal vorstellen. Dann ging es dann irgendwann auch mit E-Mails los, die ersten E-Mails. Da wollte man ja nur sagen, dass es super ist und den finde ich cool und ich habe das ja auch teilweise waren die Zuschauer, glaube ich, auch mit Ironie überfordert. Also ich habe immer gesagt, auch Finn Kelly Family, super toll, wenn die hier sind und so. Du hast halt einfach, Backstreet Boys fand ich ja wirklich gut oder die Boy-Groups, aber auch diese ganzen Boy-Groups-Sachen immer super gefunden. Und da war ich immer schon der Good Guy so. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, so durch die Blume, das haben die meisten gar nicht verstanden. Aber es gab schon eine recht hohe Beliebtheit, das habe ich schon festgestellt. Wann ging es dann los, dass du für dich selbst auch gemerkt hast, dass du polarisierst, dass Leute, wenn sie dich draußen erkannt haben oder dann auch was Zuschriften betraf, dass sich das so ein bisschen gesplittet hat allmählich? Das ging eigentlich erst so richtig, das Polarisieren in Anführungsstrichen erst vier, fünf Jahre später los. Also in der Anfangsphase, da ist ja alles nur super und du bist im Fernsehen und toll und cool und so und da bist du ja so der Upcoming und der Freche. Da gibt es ja kaum jemanden und da war ja im Vergleich zum Beispiel Nils Ruf viel radikaler und hat ja viel mehr angeeckt. Und da ging es ja auch dann medial, da gab es ja eine Phase, wo er mit Anke Engelke da zusammen war, wo das auch ein großes mediales Boulevardthema war. Und das war bei mir am Anfang gar nicht der Fall. Und dann bin ich zu Rente Pocher gegangen, habe ja mit Stefan Raab zusammen eine Produktionsfirma auch gehabt, war dann bei TV Total regelmäßig immer, das war Donnerstag, das lief TV Total, war ich erst bei TV Total, dann da, da habe ich mit Elton viele Sachen gemacht und da war eigentlich nur erstmal uneingeschränkt, das ist der Weg nach oben, da finden es erstmal alle super und wenn du dann irgendwann oben ankommst, dann kommen die Leute und sagen, ja jetzt nervt es, jetzt finde ich es auch nicht mehr so cool, ich fand es am Anfang besser. Das ist eher so nach vier, fünf Jahren gekommen, dass es dann wirklich so ein bisschen mal in eine andere Richtung auch ging. Ja, du hast dann ein paar Jahre Rente Pocher gemacht bei ProSieben, da war auch schon Live Comedy, dann hattest du 2.7 deine erste Filmhauptrolle bei Vollidiot und dann 2.7 bis 2.9 für anderthalb Jahre Schmidt und Pocher. Wie ist euer Verhältnis heute? Wir haben uns lustigerweise letztes Jahr auf dem Traumschiff gesehen und hatten da uns mal wieder jetzt gesehen, also wir haben uns danach, nach der Phase mal alle 2, 3, 4, 5 Jahre hat man sich mal irgendwo gesehen oder auch seine Kinder spielen Tennis, hat man mal sich am Tennisplatz irgendwo gesehen und das war jetzt mal am Traumschiff dann auf Bali, dass wir uns da gesehen haben und auch mal so ein, zwei Stunden noch mal gequatscht haben. Professionell, alles gut, also Harald Schmidt ist jetzt nicht grundsätzlich der Typ, der jetzt auch irgendwie viele Freunde hat und da komplett am Socialisen ist, aber in der 1-zu-1-Situation immer sehr professionell und das war auch damals ja im Nachgang noch das letzte Erfolgreiche, was auch Harald Schmidt gemacht hat, ab da ging es für ihn ja noch in eine Richtung und das war dann so ein langsames Wegsterben, sage ich mal, auch von ihm, muss man ja sagen, also so wie das gewesen ist. Und der Abgang war, das war auch Breakup im Prinzip, der war ein bisschen mittelmäßig, weil das wurde uns nicht direkt kommuniziert, sondern wir haben es letztendlich aus der Presse erfahren, dass das dann nach zwei Jahren nicht weitergeht und da war dann ein bisschen Atmosphäre drin und dann gab es auch mal so ein, zwei Sendungen, dann gab es ja dieses kleine, miese, type Ding, was immer gerne auf YouTube auch gezeigt wird, so ein, zwei Mal dann auch mal so ein bisschen, auch mal so ein anderes Gesicht gezeigt hat, auch im On und auch mal ein bisschen frecher war und auch in der Zeit danach ein paar Mal nachgetreten hat und so zwei, drei Aktionen gemacht hat, die auch so medium cool waren, aber so ist das in der Showbranche, wenn du dann irgendwann, ich sag ja, wenn du oben stehst und oben spielst, wenn du in der Champions League bist, dann gehen die Ellenbogen raus und dann wird es nicht mehr sympathischer und das muss man halt abkönnen und dann gibt es auch viele in der Branche, die das nicht können oder die dann daran zerbrechen oder irgendwie, ja, psychisch Probleme haben, Alkohol, Drogen, irgendwelche anderen Sachen machen, man muss schon da ein starkes Kreuz haben, um da durchzugehen. Wann hast du dir dein dickes Fell angeeignet und gab es da irgendwie Strategien? Also ich sag mal, wer als Zeuge Jehovas groß wird, dem macht eine zugeworfene Tür nichts aus, ja, also das ist, da kann ich dir ehrlicherweise, da muss ich sagen, da hat meine recht streng religiöse Erziehung von meinen Eltern mehr als geholfen. Also, dass man da einfach weiß, dass man der Arsch der Nation ist, also wer mit dem Wachtturm in der Fußgängerzone steht und von Haus zu Haus geht, der wird von so ein bisschen, Harald Schmidt, das wirft dich nicht mehr außer Bahn. Das Ding ist ja, also ich selbst kann es bestätigen und ganz viele Leute, gemeinsame Bekannte von uns, die dich auch privat kennen, die sagen alle übereinstimmen, du bist privat so ein super lieber, zugewandter, verbindlicher Typ und immer wenn wir uns sehen, habe ich auch das Gefühl und in der Öffentlichkeit ist es aber in der Wahrnehmung eine ganz andere Kiste. Und jetzt, ich frage mich so, switchst du da so ein bisschen deine Personality, dass du tatsächlich sowas wie ein alter Ego hast, ein alter Ego, das dann auch alles darf und auch scheiße sein darf und so mit dir als Privatperson gar nicht mehr so viel zu tun hat? Ich glaube, was ich ja schon gesagt habe, Authentizität ist das, also ich bin da, wie ich vor der Kamera bin oder auch was ich im Comedy-Bereich mache, das ist halt alles auch ein bisschen, ich habe da ein sehr offenes Wort und ich sage dann halt auch Sachen, die dann andere sich vielleicht nicht so trauen und das eckt natürlich an, aber sehr oft, liege ich auch richtig sehr oft, dass einer sagt, ich sehe es ja genauso, aber, ich finde es ja auch witzig, aber und das habe ich die ganze Zeit, also bei ganz vielen Sachen. Und ich bin halt keiner, der so mit dem Strom mitströmt oder auch wenn irgendjemand irgendwo, wenn ich was sehe und irgendwie so sage ich so, Mensch, die Leggings ist vielleicht nicht die richtige Größe für dich oder solche Sachen, dann bist du heute sofort da und heißt es ja auch Bodyshaming oder hier oder Sexismus oder irgendwas anderes oder so. Ich mache das halt sehr offen und sehr klar gerade raus und das verschreckt auch den einen oder anderen und das ist halt so auch einfach geworden zu sagen, ja Oli Pocher finde ich auch scheiße, aber es ist, ich habe das festgestellt, irgendwann ist es einfach Teil deines Profils und jeder, der mich privat kennt, der kann mich anrufen und ich stehe da auch zu Leuten und auch in welcher Situation, mir ist das egal, ob jemand erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, ob der eine große oder eine kleine Halle spielt oder ob der eine Fernsehsendung gerade hat oder nicht. Ich kann mit jedem eins zu eins sprechen, ich höre mir das auch alles an und da geht die Range von Michael Wendler bis hin zu Günter Jauch oder Thomas Gottschalk, ich bin da sehr unvorhergenommen, aber im On polarisiert das halt. Gibt es irgendeine Sache, irgendein Format oder irgendeinen Spruch, irgendwas, das du im Nachhinein so richtig rundum, rundherum bereust? Nein. Ich kann alles, was ich zu dem jeweiligen Zeitpunkt so gesagt hätte, würde ich genauso wieder machen. Also bei Wetten, dass hatte ich mal eine Kandidatin, wo ich gesagt habe, dass sie etwas älter für ihr Alter aussieht, hat mich 10.000 gekostet und dann nochmal ein paar Wochen später habe ich gesagt, ja gut, aber von den 10.000 kann sie ja kaum was machen lassen, hat nochmal 10.000 gekostet und auch irgendwie Presswurst, Mariah Carey oder irgendwelche anderen Sachen oder auch jetzt oder so, ich würde das alles aus der Situation immer so sagen, ob das dann so richtig war oder nicht, aber es gibt wirklich nichts, wo ich sagen würde, ah ja, das würde ich jetzt so nicht mehr machen oder so, ich finde es auch mal schwierig im Nachgang zu sagen, also das würde ich nicht mehr, oder auch selbst für eine Blackfacing-Diskussion oder welche Sachen, also ich bin als Jérôme Boateng oder als Bruce Danel oder Bernd Danel, der Bruder von Bruce Danel aufgetreten, heute ist das ja alles schwierig und kann man das oder darf man das noch machen, aber wenn ich Bruce Danel sehe, bis heute sagt er, ey, sensationell, wie du damals da bei der Bravo Super Show, als mein Bruder reingekommen ist oder so, ich, so, das war, jetzt würde man, manche Sachen macht man heute eher nicht unbedingt, gerade vor der Kamera oder im On, um einfach den Stress zu vermeiden, aber ansonsten finde ich, irgendwie sind wir immer noch mit einer gewissen Redefreiheit und einer Kunstfreiheit oder dass man es auch auf der Bühne machen kann, dass man da alles sagen und machen kann und das, da versuche ich auch hier und da mal an die Grenzen zu gehen. Fühlst du dich manchmal so ein bisschen verkannt oder nicht genug respektiert hierzulande? Da bin ich ehrlicherweise aus dem, das ist, da bin ich so Thomas-Gottschalk-Diskussion, wenn du dann noch irgendwie anfängst, meine Kritiker meinen oder so, wo du denkst, alter Thomas, du hast gerade wieder vor 13 Millionen moderiert, scheiß doch drauf. Mir ist das mittlerweile wirklich scheißegal, also auch gerade die letzten Monate, also in welchem Wechsel das Pendel ausschlägt, du bist dann erst der Emotionale, der sich eröffnet, super und dann bist du in der super Arsch, weil du Reste Ficker gesagt hast und dann ist wieder super hier, irgendwie ist es mit seinem Vater schwierig und dann sitzt Cora Schumacher im Dschungelcamp und erzählt irgendeine Scheiße und dann hast du den nächsten Tag wieder was. Also ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ja, ich gucke immer so bei Bild Online, bist froh um alle 24 Stunden, wo nichts drin ist und dann sagst du, ach Mensch, super hier, haben sie ja wieder was draus gemacht und das zu hinterfragen, ich weiß aber auch, das geht immer so auch in Wellenbewegungen, das muss man mehr oder weniger wissen und ich habe das zum Beispiel auch diese Trennung ja für mich genutzt, als dann so ein großer Druck drauf war, habe ich gesagt, also gut, jetzt gehen wir raus auf Tour, mit meinem Team-Booker habe ich gesprochen irgendwie oder meiner Bookerin habe gesagt, hier bitte machen und jetzt bitte, Januar, Februar, März, so schnell wie es geht. Ja. Bist du bekloppt jetzt? Ja, dann kriegst du ja kaum alle. Einfach mal versuchen. Und das war ein gewisses Risiko und das ist zum Beispiel aufgegangen, weil ich dachte irgendwie, dass die Leute wollten sehen und wenn es jetzt nicht interessant ist, wann denn dann? Also so bin ich meine Karriere angegangen, genau selbe als ich jetzt in Las Vegas gewesen bin oder so, war zum Superbowl da und dann gab es die Chance auf einmal da im Hardrock-Café zu spielen auf der Bühne, mit einem Solo-Programm, irgendwie zwei Tage vor dem Superbowl. Und man sagt ja, okay, dann machen wir das. Und daraus entstehen jetzt wieder andere Sachen. Jetzt auf einmal überlegt man, sollte man das nicht auch mal in New York oder in Miami oder in L.A. machen oder so und fängt an, andere Sachen zu machen. Ich bin da sehr schnell und nehme die Themen an. Aber dieses Verkanntsein, ob Leute es gut finden und nicht, das ist eigentlich bei jedem Deutschen so. Also das ist Helene Fischer, das ist bis zu einem gewissen Grad toll, dann nervt die Alte nur noch. Das ist Herbert Grönemeyer auch toll, dann nervt der. Dann mussten erstmal irgendwie sein Bruder sterben und seine Frau, dann war er wieder total Hype, dann ist wieder Westenhagen, der ist dann auch abgehoben, Til Schweiger, haha, jetzt ist er auch der Besoffene, der irgendwie Leute ohrfeigt und vorher war der Superstar. Also Franz Beckenbauer, bestes Beispiel auch irgendwie, eigentlich wo du denkst, Alter, haltet doch euer Maul, sechs Millionen, die WM, wo soll ich denn unterschreiben? Her damit! So, selbst wenn der ist irgendwie, der ist ja nicht dann irgendwie, der wird dann jahrelang auch danach irgendwie kaputt gemacht. Wir Deutschen lieben das irgendwie, auch die Stars, die wir haben, in irgendeiner Art und Weise auch Scheiße zu finden oder zu sagen, die soll mal schön wieder auf dem Boden bleiben. So, das ist bei allen so. Günther Jauch ist so einer der wenigen vielleicht, wo keiner was sagt und alle sagen, Harpe Kerkeling auch noch. Ja. Otto Walkes in gewisser Hinsicht, es gibt so zwei, drei, die so durchgehen, das war es aber auch schon. Alle anderen haben auch immer am gewissen Zeitpunkt Scheiße, scheißegal, wie groß, wie klein die spielen, was die machen, es gibt immer Leute, die das kacke finden. Machst du so einen EM Song? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist, ich hab, ich hab da, kommen immer Leute mit irgendwas anderem, auf gar keinen Fall. Also ich hab auch da musikalisch, also ich mach immer, hab ja mit dem Dalai Kama dann einen Song mit Alex Christensen gemacht und solche Sachen, ich hab da Spaß dran, auch immer irgendwelche Sachen auszuprobieren, mit Amira auch, haben wir einen Song Influencer, so eine Rap-Nummer gemacht und so auch so mit Deutschrap und allem und so. Ich find solche Sachen immer lustig, auch mit coolen Leuten da irgendwas zu produzieren, aber das Thema Fußballsong hab ich durchgespielt, weil mit Schwarz und Weiß, das war 2006, die Nummer ist Platin, hat sie sich verkauft irgendwie, die ist eine Nummer zwei gewesen, wir haben den Trends auch auf eins irgendwie, da waren Xavier, Herbert Grönemeyer und ich, immer so im Wechsel. Das Ding ist 15 Jahre, 14 Jahre Torhymne gewesen, bei jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft irgendwie. Ich war 2014 in Rio, als wir Weltmeister geworden sind, da lief das als zweiter Song, Song nach auf uns, von Andreas Burani lief schwarz und weiß im Maracaná im Stadion, ich war danach, hab da am Strand aufgelegt und danach irgendwie mit der Mannschaft gefeiert, meine Karriere ist beendet, hab alles erreicht, wird keinen Song mehr geben, der so irgendwie 10, 15 Jahre so irgendwie die Nationalmannschaft in gewisser Form geprägt hat und da muss ich auch nichts mehr machen. Okay, dann halten wir die Augen auf, was sonstige Projekte von dir betrifft, wird ein paar neue Formate geben auch und so. Immer. Ich höre nicht auf. Sehr gut. Und du bist jederzeit herzlich eingeladen, hier bei Deluxe vorbeizuschauen. Gerne. Ich bin ja froh, dass es überhaupt noch Musiksender gibt. Jawoll. Also es ist der einzige, ich muss ja sagen, so ein bisschen Viva Feeling kommt ja hoch. Ja. Also es war irgendwie uncool, dass man nicht selber eine Playlist erstellt oder so, aber ich finde es einfach mal den Fernseher anmachen, laufen Songs, man sieht auch mal Sachen, und hier ist die Mischung, dann läuft wirklich auch mal ein Song von 2000, hast du nicht gesehen, dann läuft irgendwie TLC Waterfalls, dann läuft irgendwas von Bowser, dann hast du wieder eine ganz andere Dance-Nummer, aber ich finde das ja ganz gut, dass es Musikfernsehen noch gibt. Wir sind zwar hier also wirklich schwer am Atmen, wir haben Long Covid, aber wir ziehen es durch mit Musikfernsehen bis zum letzten Mal. Jawoll. Ich mach das, bis ich umfalle. Du auch. Ich, ja, höchstwahrscheinlich bei mir schneller als bei dir. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Tschüss. Danke, Olli. Sehr gerne. Danke, Olli.